Ich habe das Auto geschrieben, um was es heute geht. Ganz toller Bus, 58er Baujahr. Fast so jung wie ich. Diana, gib alles. Ganzer Fleißige, hat sich heute sehr engagiert. Ja? Ah, Jakobi Reisen mit dem Nagelneuen Neoplan. Super. Stulli. Die waren auch am 14. Mai da. Oh, grüß euch. Er hat gleich ein paar mitgebracht. Heute wird in sechs verschiedenen Routen in Berlin der Konvoi stattfinden. Es sind fast 200 Polizisten eingesetzt, um die Routen abzusichern. Und am Reichstag und am Brandenburger Tor wird man sehen, wenn sich die alle sozusagen treffen. Da schließt sich einer an, da hinten. Jawohl. Eiko schießt bitte auf. Da kommt der Nächste. Hinter dir. Wir sind hier, wir sind laut, weil er unsere Zukunft klaut. Weil er unsere Zukunft klaut. Super. Toller Spruch. Uli Reisen. Super. 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 Auch gleich mit zwei da. Micheli aus dem Saarland. Der hat das Wunder fertiggebracht, durch Deutschland zu fahren mit sechs verschiedenen Regelungen. Saarlander, die machen das einfach. Einer aus dem Norden. Fuß um. Ganz toll. Da sieht man erstmal die ganze Breite des Fußtourismus in Deutschland. geht das Reisen. Jawohl. Auch gleich mit mehreren Fahrzeugen. Max, auch einer, der immer auf den Messen. Ganz ein fleißiger. Toll. Super. Jetzt kommen die ersten Flixbusse. Die dürfen wir auch wieder fahren. Was ja viele nicht wissen, nicht jeder Flixbus gehört zur Flixbusse. Das sind ganz andere Busunternehmer, denen die Busse gehören. Aber ganz dick die Hilfe auch draufstehen, wie es sich gehört. Ja. Oh. Jetzt kommt die. Schöpfer noch. Da man raufkommt. Die Franken. Fahr rein. Zack. Fahr rein. Gehört dir. Die Strecke. Das ist gesperrt. Gibt alles. Der Mully, noch ein klassischer Busunternehmer. Jahrzehnte schon am Markt. Das kann ich ganz toll sagen. Der Pfau, zweiter Bus aus Hamburg. Der kommt mit. Ganz ein eifriger. War auch am 14. Mai da. Die Eichereisen heute angekommen. Der hat gleich mal eine Flotte mitgebracht. Mit vier, fünf Bussen da. Das ist mal eine Hausnummer. Danke. Super. Die Damen am Steuer. So müssen wir das. Genau. Alles Gute bis zum Reichstag. Wir kommen. Schauen wir es. Fahr mal Richtung Reichstag. Das ist ein vergespräch. Das ist ein vergespräch.